Heu Mitterland, kaum zu glauben, dass es wieder so weit ist, oder? Weihnachten steht für die Tiere und ich möchte mich an jedem Einzelnen von euch ganz herzlich verdanken. Dieses Jahr war wie ein dekorierter Christbaum. Hell, bunt und voller Überraschungen. Positiv und auch schwieriger. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich immer auf die Weihnachtszeit. In dieser Zeit des Jahres zeigen wir uns von unserer besten Seite, weil unsere Partner, Lieferanten und Arbeitskollegen uns am meisten brauchen. Euer Ansatz, eure harte Arbeit und euer Engagement für die Zufriedenheit unserer Kunden ist unglaublich. Das ist das Fundament unserer Erfolge. Ihr alle zeigt, dass Service nicht einfach an Abteilungen ist, sondern an Haltung. In der Weihnachtszeit sind die Herausforderungen an unseren Partner, Lieferanten und Mitarbeitern besonders groß. Ihr alle nehmt es an und stellt sicher, dass unsere Läden täglich mit allem gefüllt sind, was unsere Kunden brauchen. Wenn es darum geht, länger im Büro zu bleiben, um ein Projekt abzuschließen, den Sondereinsatz für einen Kunden zu erlegen oder einfach jeden Tag das Beste zu leisten, ihr alle habt dazu beigetragen, die Marke Spar zu dem zu machen, was sie heute ist. Wenn ihr diese Weihnachtszeit eines Sparlastwagens auf die Straße seht, wisst ihr, wie viele Leute hat mitgearbeitet, um das zu ermöglichen. Waren wir auch so Weihnachten mit unseren Familien und Freunden und sind stolz auf diese Momente. Schönes Weihnachten, euch allen! Und nochmals vielen Dank an euch alle für die viele Sonne Einsätze, dafür, dass ihr den Unterschied macht. Ich wünsche euch allen ein glücklichstes neues Jahr 2024!